Ich bin es wieder, euer Markus. Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie ihr die Arbeitsbedingungen in euren Handwerksbetrieben attraktiver macht. Im Handwerk ist es oft schwer, Fachkräfte und Auszubildende zu finden. Aber glaubt mir, es gibt Wege, das zu ändern. Fragt eure Mitarbeitenden, was sie brauchen, um sich bei der Arbeit wohlzufühlen. Hört ihnen zu und findet gemeinsam Lösungen, die sowohl zum Betrieb als auch zum Alltag eurer Leute passen. Seid offen für neue Arbeitsabläufe. Nutzt die Ideen eurer Beschäftigten und gebt ihnen Verantwortung. Das zeigt Vertrauen und gibt euch mehr Zeit für die strategische Weiterentwicklung eures Betriebs. Motivation entsteht durch Eigenverantwortung und Mitbestimmung. Wenn eure Leute das Gefühl haben, dass ihre Meinung zählt und sie Teil der Entscheidungen sind, steigt ihre Loyalität und Begeisterung für den Job. Und vergesst nicht euer Branchenimage. Wenn ihr flexible Arbeitszeiten oder sogar Homeoffice anbietet, wird sich das schnell herumsprechen. Ein attraktives Arbeitsumfeld macht euch als Arbeitgeber begehrter und bringt mehr Bewerbungen. Also packen wir es an, geht nicht, gibt's nicht. Mit diesen Ansätzen könnt ihr euren Betrieb zu einem Ort machen, an dem Menschen gerne arbeiten und ihre besten Leistungen bringen. Los geht's! Einen